Musik Wir zeigen Ihnen nun eine Trageposition, die mit dem Trikoslan zwar möglich ist und die auch von vielen Eltern angewandt wird, sowohl im Trikoslan als auch in anderen Tragehilfen, aber die wir absolut nicht gerne empfehlen. Der Grund dafür ist, dass Sie Ihr Baby nun nicht in der ergonomischen M-Haltung tragen. Sie sehen, dass dieses Kind nicht bequem sitzt. Es hängt zwar an Ihnen fest, aber trägt eigentlich sein Gewicht selbst. Ergonomisch gesehen ist dies also keine gesunde Haltung und daher anstrengend und belastend für Ihr Baby. Auch für Sie ist diese umgedrehte Haltung nicht so angenehm. Ihr Kind erscheint auf einmal viel schwerer. Denken Sie, mein Kind ist neugierig und will alles sehen? Tragen Sie es dann auf der Hüfte. Ihre Hüfte ist hierfür die ideale Stelle. Außerdem bietet Ihr Hüftbein extra Halt, sodass Sie auch ältere Babys lang tragen können. Auf Ihrer Hüfte kann Ihr Baby alles sehen, aber auch seine Augen schließen, wenn es müde wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017